Tag 22, Tag 22, Tag 22 ist, so geht das nicht, der Schneckenwitz, das ist 28, jetzt hält ein Schneckenwitz endlich, der Schneckenwitz, Mann, Frau feiern an Weihnachten Hochzeitstag, an Weihnachten in der Adventszeit, an Weihnachten feiert man Weihnachten, er geht auf den Naschmarkt, weil sie beschließen einen französischen Abendsmann, er geht auf den Naschmarkt, um Schnecken zu kaufen, er kauft Bordeaux und Beaujolais auf dem Naschmarkt, dann hat er, und die Schnecken, und Baguette, und Brie, und Brie, Brie, Beaujolais, Beaujoguette, und, so, warte, jetzt geht er weiter, jetzt sagt der Wirt, Mo, komm her, komm her, komm her, er geht nach Hause und kommt bei seinem Wirtshaus vorbei, du erzählst ihn schon wieder schlecht, er geht bei seinem Wirtshaus vorbei, der Wirt sagt, Mo, komm her, er möchte, komm her, sagt er, was machst du, sagt er, ich gehe nach Hause am Hochzeitstag, wir machen heute französischen Abend. Ich habe ihn gerade so gut erzählt, so gut habe ich ihn angefangen, und du gehst mir einfach rein, das mache ich bei dir auch nicht.